Vorträge nahtlos ineinander über. Den ersten Vortrag wird halten Dr. Ulrich Kampfmeier. Wir kennen uns ja schon seit vielen, vielen Jahren über Xing und Online und haben uns, glaube ich, nur ein oder zweimal auch live gesehen als Geschäftsführer und Gründer der Projektconsult GmbH. Und er macht das im Sparring mit Jörg Lenz. Er war auch der Referent unseres letzten Webinars, dem gleichen Thema Produktmarketingmanager bei der COFAX. Und damit ich Ihnen jetzt nicht so viel Zeit raube, feuerfrei. Ja, wenn uns das feuerfrei verstanden ist, dass wir uns auf das Thema sozusagen ein bisschen einbeziehen. COFAX ist als einer der Anbieter in diesem Lösungssegment unterwegs und ich vermute, dass diejenigen, die heute an diesem Webinar teilnehmen, ganz unterschiedliche Interessen haben. Die einen kommen aus der Ecke, die die Kundenbeziehung und auch den Kundenkontakt etwas verbessern möchten. Und nicht nur, wenn es darum geht, einen Telekommunikationsvertrag zu kündigen, wie wir es gerade mitgekriegt haben, sondern vor allem neue Kunden zu gewinnen und die dann vielleicht auch mit bestimmten Abschlüssen zu versehen. Der andere wird zuhören, weil er ein Compliance-Thema hat. Und im Bankenbereich insgesamt ist aufgrund der Niedrigzinsphase die Kosteneffizienz ein ganz heißes Thema. Und mit Unterschriften und Signaturen, da haben wir auf der einen Seite den rechtlichen Aspekt, und da wird nachher der Herr Kampsmeier recht tief mal eintauchen und das auch ein bisschen interpretatorisch erklären. Aber es gibt auch noch die organisatorischen, technischen und last but not least und oft unterschätzt die emotionalen Aspekte. Bei diesen Herausforderungen ist Kofax seit vielen Jahren schon unterwegs und hat sich das Themenfeld Unterschreiben Signaturen durch Zukauf einer Sona, die SoftPro hieß, 2014 mit ins Produktportfolio genommen. Und dieses Portfolio ist relativ umfassend. Jetzt kennt man, wenn man das Thema elektronische Signaturen diskutiert, dass das häufig im Zusammenhang mit vielen anderen Feldern im Bankenbereich steht. Das heißt also, bei einem Onboarding, einer Neukundenaufnahme, da steht dann auch noch die Frage im Raum, kann ich diesen Kunden mit seiner Identität adäquat überprüfen? Und ein Buzzword, das der Banking Club zum Beispiel am 21. Juni in einer Live-Veranstaltung dann in Berlin auch wieder adressiert, heißt digitale Transformation. Das ist der eine oder andere von Ihnen vielleicht hier in diesem Webinar drin, weil das sein Kernthema ist und weil es Initiativen innerhalb der Bank gibt, die digitale Transformation voranzutreiben und zu identifizieren, wo die nun wiederum Hübben darin sind, dass man tatsächlich auch mal digitale Prozesse nicht nur überlegt, pilotiert, sondern dann in einem größeren Rahmen auch umsetzt. Kofax und Lexmark. Kofax ist ein Teil von Lexmark. Die offizielle Firmierung ist Lexmark Enterprise Software. Unter dem Markenbegriff Kofax wird das aber im deutschen Markt nach wie vor nach oben getragen. Und das ist viel mehr als nur der Bereich elektronisches Unterschreiben. Wie da die Zusammenhänge sind, sehen Sie auf diesem Slide. Das fängt an von der Informationserfassung. Die meisten kennen Kofax eigentlich so aus dem Scan-Bereich, dass da aber Felder wie Content Management, Communication Management auch nicht drin sich befinden. Das ist für Projekte, die eben nicht nur Insellösungen sein sollen, sondern die digitale Transformation komplett anschauen sollen. Nicht ganz unwichtig, dass man da eine Plattform hat, die da entsprechend zusammenspielt. Das ist unsere Erfahrungshorizont, indem wir mal nur den Bereich des Unterschreibens, des Signierens anschauen. Seit über 25 Jahren ist dieser Soft-Pro-Kern, der jetzt bei Lexmark unter der Marke Kofax transpekt, auf der Welt auf verschiedensten Kanälen unterwegs. Und ursprünglich hatte das angefangen und einige von Ihnen haben das auch im Einsatz mit Lösungen, die sich mit dem bildhaften Vergleich von handschriftlichen Unterschriften beschäftigen. Und das ist eine Lösung, die im Zahlungsverkehrsbereich relativ präsent ist. Und so Mitte der 2000er Jahre ziehen wir dann in den Bereich des elektronischen Unterschreibens zunächst einmal nur zur Erfassung der Unterschrift, aber auch bis hin zur automatischen Prüfung. Das heißt, unser Erfahrungshorizont geht weit über den deutschen Raum und den europäischen Raum hinaus. In etwa 50 Ländern der Welt sind die Signaturlösungen im Einsatz. Und der nächste Aspekt, der da eine gewaltige Rolle spielt, ist, dass man das jetzt nicht mehr nur limitiert auf das Segment der Banden, wie wir bekommen und Pulse eben auch aus den anderen Feldern. Also das heißt zum Beispiel aus der Nutzung von Tablets. Ja, und da wird gleich der Ulrich Kampschmeier auch ein bisschen darauf eingehen, wie diese Formen von Signaturen jetzt unter der neuen Regulierung von EU, von EIDAS, eine entsprechende Rolle spielen. Das heißt, kümmert sich gleich ein wenig um die rechtlichen Aspekte, bevor ich Ihnen das dann nachher darstelle, wie sich das in unterschiedlicher Form in der Praxis widerspiegelt. Ulrich Kampschmeier, ich darf an dich übergeben. Ja, vielen Dank, Jörg. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Teilnehmer. Vielen Dank an den Benke-Club und an Kofax für die Einladung. Hier ein bisschen zu den theoretischen Folgerungen der EIDAS-Richtlinie etwas zu sagen. Wir sind ja nur noch wenige Wochen entfernt von dem offiziellen Inkrafttreten der Richtlinie. Und diese hat eine ganze Reihe von direkten und indirekten Auswirkungen, aber unter Umständen auch nicht so viel Einfluss auf das, was wir bereits hier in langen Jahren in Deutschland, genau genommen seit 1997, bereits betreiben. Ich habe mir deshalb fünf kleine Themenblöcke hier vorbereitet. Einmal generell, worum geht es bei Signaturen, wie ist es zur EIDAS gekommen und welche konkreten Änderungen hat die EIDAS, insbesondere in Bezug auf nationale Sonderlocken, wie ich das gerne bei bestimmten Typen von elektronischen Signaturen bezeichnen möchte. Dann natürlich, wie steht es um die Einsatzmöglichkeiten im Finanzsektor und ich sehe eine ganze Reihe von Handlungszwängen auf Sie gerade in der Finanzdienstleistungsbranche zukommen, wo Sie sich in jedem Fall mit solchen Lösungen auseinandersetzen müssen, egal ob Sie die selbst einsetzen oder ob diese über Ihre Kunden, Ihre Geschäftspartner von außen an Sie herangetragen werden. Fangen wir einfach mal vorne an, elektronische Unterschrift, digitale Signatur. Da wird sehr viel miteinander vermischt und zwar steht einmal im Raum der Begriff der Willenserklärung. Das ist die elektronische Signatur, die einer manuellen Unterschrift gleichgesetzt, aber entsprechend auch den Einsatzfeldern haben diese Signaturen unterschiedlichen Werten und unterschiedliche Bedeutung. Das beginnt einmal daran, dass wir einen Unterschied haben, wenn ich einen Vertrag elektronisch signiere oder eine E-Mail, die einen Vertrag transportiert signiere. Und beim Thema elektronische Signatur haben wir dann auch noch unterschiedlichste technische Verfahren, die ebenfalls unterschiedlichen Wert haben, wenn es um eine rechtliche Würdigung geht. Und deshalb möchte ich das gerne erst einmal differenzieren. Wir sprechen einerseits von digitalen Signaturen. Digitale Signatur definiert das technische Verfahren, wohingegen elektronische Signaturen eher ein rechtlicher Begriff ist, der den Kontext und den Wert beschreibt. Und da ist schon mal auffällig, dass bei elektronischen Signaturen, wie sie in Gesetzen definiert worden sind, unterschiedlichste Techniken vorkommen können. Und das muss nicht immer eine kryptografisch enkodierte digitale Signatur, wie wir das mit Signaturkarten kennen, sein. Das können auch ganz andere Formen sein. Dann haben wir natürlich unterschiedliche Typen, wenn wir von Signaturen sprechen, die eine unterschiedliche Qualität haben. Wir haben die personengebundenen Signaturen, die Sie alle von Signaturkarten kennen. Da geht es dann entweder um eine Willenserklärung, wie beispielsweise bei einem Vertragsabschluss, oder aber auch um die Bestätigung eines Sachverhaltes, wenn man die irgendwo zum Signieren eines gescannten Dokumentes oder so etwas einsetzt. Daneben haben wir auch schon seit Jahren technische Signaturen, wie zum Beispiel Zeitstempel, die benutzt werden, um Informationen abzusichern, um das Datum dieser Informationen nachweisbar zu machen, Transaktionen eindeutig zu beschreiben, wie, wo, wann mit diesen Informationen gearbeitet hat. Schon diese beiden Typen haben sehr unterschiedliche Anwendungsfelder. Während es bei den persönlichen Signaturen meistens um das Verhältnis von beispielsweise einem Bankhaus und einer Person geht, finden sich die technischen Signaturen eher im Hintergrund in den Systemen. Nun haben wir das Thema elektronische Signaturen bereits auf europäischer Ebene seit 1999. Diese Richtlinie damals, muss man ganz ehrlich sagen, ist im Prinzip, was den Ansatz angeht, also die geschäftlichen Transaktionen zwischen unbekannten Dritten abzusichern, gescheitert. Einmal wurde diese Richtlinie in nationales Recht mit leichten oder mehreren Änderungen umgesetzt und zum anderen war irgendwie eine rechtliche oder technische Kompabilität oder ein genau definiertes Anwendungsgefellent in dieser Richtlinie nicht enthalten. Und deshalb hat sich so das Thema elektronische Signaturen und die Einsatzmöglichkeiten in Europa sehr, sehr unterschiedlich entwickelt. In manchen Ländern weit verbreitet, in anderen Ländern überhaupt nicht verbreitet. Und was den Einsatz elektronischer Signaturen angeht, für Deutschland sind wir ziemlich weit hinten. In dieser Richtlinie der RLIS wurden unterschiedliche Typen definiert. Zum Beispiel einfache Signaturen, der Footer einer E-Mail, eingefügte gescannte manuelle Unterschrift, das signieren mit Passwort-Codes. Fortgeschrittene Signaturen, beispielsweise biometrische Signaturen, die Sie in Ihren Häusern auf Pads einsetzen und in anderen Anwendungen bereits bei Kontoeröffnungen und ähnlichen Dingen zum Einsatz bringen. Und dann natürlich solche besonders gut abgesicherten elektronischen Signaturen mit Zertifikat und entsprechender Akkreditierung. Und das ist auch das, was wir praktisch in Deutschland haben im Moment noch, nämlich die Signaturkarte mit qualifizierter Signatur und Zertifikat plus sicherer Signaturerstellungseinheit, eine zusätzliche Hürde, dass ich so ein Gerät brauche, um meinen PIN-Code einzugeben und eben der langjährigen Prüfbarkeit in Trust-Centern. Das heißt, wir haben allein in Europa von der reinen E-Mail-Footer-Geschichte, zum Beispiel in England, bis hin zu einem sehr, sehr aufwendigen, überprüfbaren Verfahren, eben der deutschen qualifizierten Signatur mit Anbieterakkreditierung, eine unheimlich große Bandbreite mit sehr unterschiedlicher rechtlicher Würdigung. Das sorgt sich auch, wenn wir in die deutsche Geschichte des Signaturgesetzes reingucken, denn das ist älter als die europäische Richtlinie von 1999 und daher rühren eine ganze Reihe von Problemen, weshalb wir uns mit der Signatur in Deutschland so schwer tun. Wir waren die Ersten, die dann das Thema rangegangen sind und leider entspricht das, was wir dort uns ausgedacht haben, nicht dem, was eigentlich mit der Signaturrichtlinie von 1999 entsprechend gewollt war. Natürlich wurden auch diese Richtlinien in Deutschland aktualisiert und zuletzt mit den großen Auswirkungen das E-Government-Gesetz, wo eben neben Signaturen andere Verfahren als nahezu gleichwertig positioniert worden sind. Zum Beispiel die EEID, die sie auf ihrem neuen Personalausweis haben, die dafür aber nicht nutzbar ist und die E-Mail und das will eigentlich auch keiner. Das heißt, wir haben hier im Prinzip keine entsprechende Verbesserung in der Nutzung von abgesicherten Verfahren in der Kommunikation und beim Vertragsabschluss. Nun haben wir alle die große Hoffnung, dass durch EIDAS, durch die EU-Verordnung 910 von 2014, hier das große Wunder passiert und alles einfacher wird. Der Titel leitet sich ab von Electronic Identification and Trust Services und ist verabschiedet und wird in Deutschland zum 1.7.2016, also dieses Jahr, wirksam. Was man dazu bemerken muss, ist, die Zielsetzung von EIDAS ist, Rechtssicherheit zu generieren, aber Rechtssicherheit gibt es sowieso nicht, wenn sich alle naselang Gesetze rückwirkend ändern können, wie wir das beispielsweise im deutschen Steuer- und Handelsrecht haben. Ein wesentlicher Punkt ist die gegenseitige Anerkennung verschiedener elektronischer Identifikations- und Vertrauensdienste, weil eine technische Standardisierung, dass in Europa alle die gleichen Verfahren benutzen, ist jenseits aller Vorstellungskraft und wird nie kommen. Und letztlich wird in drei Wochen die alte Richtlinie mit all ihren Beschreibungen und Vorgaben abgelöst durch die neue. Man muss leider sagen, die wenigsten haben sich bereits darauf vorbereitet. Wichtig ist für Sie, dass bestimmte Online-Dienste gerade im Bereich öffentlicher Stellen neu definiert worden sind. Dass dort neben zertifikatsbasierende Dienste auch zertifikatsfreie Dienste, wie beispielsweise biometrische Unterschriften auf einem Pad, andere Formen fortgeschrittener elektronischer Signaturen und so weiter zum Einsatz kommen können. Aber auch die deutsche qualifizierte elektronische Signatur KESS gibt es weiterhin, denn die fällt unter Punkt 3, qualifizierte elektronische Signatur, mit einem qualifizierten Zertifikat. Also die deutsche Lobby der Signatur hat in die europäische Gesetzgebung das deutsche, aufwendige und wenig anerkannte Verfahren herübergerettet. Das werden wir auch noch an anderer Stelle sehen. Aus den bisherigen Kasszentern werden Vertrauensdiensteanbieter unterschiedlicher Qualität und bei diesen unterschiedlichen Qualitäten hat sich auch die bisherige auf Archivierungszwecke ausgelegte Verwendung der digitalisierten Dokumente und Signaturen auch wieder reingeschummelt, nenne ich das mal. Denn es gibt auch so etwas in EIDAS wie Bewahrungsdienste. Und darunter würden dann die alten speziellen Anforderungen fallen, wie sie in der BSI-Richtlinie 031925 beispielsweise beschrieben sind, nämlich das Nachsignieren von qualifizierten elektronischen Signaturen, wenn sie dann Verträge betreffen. Sehr, sehr unschön, dass das weiter erhalten geblieben ist. Sie können sich jetzt natürlich die entsprechenden Definitionen noch angucken, was denn so ein Vertrauensdienst macht. Und diese Vertrauensdienste machen zukünftig mehr. Also sie müssen nicht nur internationale Signaturen prüfen können, sondern sie können auch benutzt werden für neuartige Verfahren. Da wird nachher der Jörg Lenz noch ein bisschen mehr zu sagen, nämlich beispielsweise Fernsignaturen, wo man aus dem Rechenzentrum heraus Transaktionen, Geschäftstätigkeiten und so weiter zusätzlich absichern kann. Und es gibt eine ganze Reihe von neuen Formaten für elektronische Signaturen, die ganz andere Anwendungen erlauben. Was ich sehr schön finde, ist die zweimalige Erwähnung zum Thema Rechtssicherheit, weil viele von Ihnen im Bankenbereich haben in der Vergangenheit schon Pads eingesetzt und da war immer fraglich, welchen Wert hat denn diese biometrische Unterschrift auf einem Signatur-Pad? Da hieß ja immer, in Deutschland wollen wir diese qualifizierte Signatur haben. Aber hier wird dann festgestellt, und das findet sich zweimal in der EIDAS, die Verordnung soll im Grundsatz festlegen, dass einer elektronischen Signatur die Rechtswirkung nicht deshalb abgesprochen werden darf, weil sie in elektronischer Form liegt und nicht alle Anforderungen einer qualifizierten elektronischen Signatur erfüllt. Damit haben wir natürlich eine Öffnung, die längst fällig ist, auch für das Thema fortgeschrittene wie auch biometrische Signaturen. Und das findet sich mehrfach übrigens in der EIDAS. Letztlich regelt die EIDAS drei Themenbereiche. Das sind einmal, ich nenne das so, traditionelle elektronische Signaturen, aber auch neue Formen wie Siegel und Zeitstempel und spezielle Kommunikationsdienste. Gucken wir einmal auf die konkreten Änderungen. Bei den traditionellen elektronischen Signaturen spielen zumindest für die öffentliche Verwaltung die einfachen Signaturen, wie wir sie in England finden, kaum eine Rolle. Fortgeschrittene Signaturen mit einschließlich biometrischen Verfahren, mit oder ohne Zertifikat, werden hier sicherlich für die breite Masse das Rennen machen. Aber auch für qualifizierte elektronische Signaturen gibt es weiterhin Anwendungsfelder. Neu für Behörden und andere offizielle Rechtsträger der öffentlichen Verwaltung sind Siegel. Das sind serverbasierte Signaturen der Organisation. So etwas wie der Amtstempel. Und sowas kann man natürlich wesentlich einfacher ansetzen, wenn man die ganzen Restriktionen und Hindernisse der personengebundenen Signaturen nicht hat. Das wird auf dem Server signiert und das signiert dann alles, was reingeht, was rausgeht, was an Protokollen läuft. Und damit kann man beispielsweise sehr elegant personengebundene Signaturen oder aber auch Übermittlungen von mehr siegelsignierten Dokumenten anstelle von die E-Mail per E-Mail wieder machen. Also hier wird es eine ganze Reihe von neuen Anwendungen geben in der öffentlichen Verwaltung, die das Leben hoffentlich leichter machen. Also beispielsweise auch eine Überwindung des Einsatzes von Signaturen beim Scannen. Da brauchen Sie zukünftig nicht mehr die personengebundene, sondern können auch auf ein Siegel setzen. Auch für Sie in der Privatwirtschaft gibt es etwas ähnliches. Und zwar nämlich den Zeitstempel. Funktioniert ähnlich wie das Siegel. Und auch damit können Sie entsprechende Übertragungen, Protokolle, Videoaufzeichnungen, Eingangsbücher, Journale und so weiter zusätzlich absichern mit einer Zeitstempelinformation versehen und nachprüfbar machen, dass eben diese Information nicht verändert worden ist. Hier gibt es allerdings in der öffentlichen Diskussion, wie auch Herr Lenz über die Tagung und Herr Hahn erwähnten, wie das entsprechend rechtlich zukünftig zu bewerten ist. Ja, und dann haben wir noch den Dienst für die Zustellung elektronischer Einschreiben zur sicheren elektronischen Kommunikation. In Deutschland zum Beispiel die E-Mail. Und eigentlich müssten jetzt auch die Niederländer die E-Mail anerkennen und verarbeiten. Und wir in Deutschland müssten das niederländische System mit deren sicherer E-Mail verarbeiten können. Da habe ich noch nichts gesehen. Also wir sind hier nicht nur im Akzeptanzbereich in einer Stagnation, aber wie solche Sachen technisch anerkannt und übermittelt und verarbeitet werden sollen, da haben wir auch noch eine sehr, sehr große Grauzone. Zwischenfassend, also die Bandbreite der Optionen für Vertrauensdienste und Signaturen hat sich signifikant erweitert. Auch nicht qualifizierte elektronische Signaturen haben einen höheren Stellenwert in Bezug auf die Würdigung vor Gericht. Und deutsche Verfahren wie CAS und die E-Mail geraten durch diese einfacheren, ebenfalls anerzuerkennenden Verfahren massiv unter Druck. Gucken wir mal auf die Bedeutung, die es dann letztlich auf verschiedene Branchen hat. Denn die EIDAS gilt bindend für die öffentliche Verwaltung. Das wird immer gerne unterschätzt. Die öffentliche Verwaltung muss tun. Alle anderen können das tun oder sollten das tun. Eigentlich ist die EIDAS eine Empfehlung an die freie Wirtschaft. Macht es doch so wie die öffentliche Verwaltung. Und damit bekommen auch bereits vorhandene Anwendungen wie beispielsweise mit Tablets und so etwas oder mit Video-Authentifizierung bei Konteröffnungen und dergleichen neue Möglichkeiten einer verbesserten rechtlichen Absicherung, da wo man bisher in einer vermeintlichen Grauzone war. Und natürlich gibt es durch diese neuen Techniken auch komplett neue Formen von elektronischen Signaturen. Da gibt es Handysignaturen für Mobilgeräte, Fernsignaturen, dazu sagt gleich Jörg Lenz noch ein bisschen mehr, Token-Signaturen, wo man sich irgendwas schickt und das eingibt, biometrische Erkennung von Iris-Gesicht bis zur manuellen Unterschrift auf dem Tablet, Hinterliegung von Signaturen in Cloud-Services, dass man beispielsweise sich über sein PayPal-Konto autofensieren kann und ähnliche Dinge, also der Fantasie, sind jetzt keine Grenzen mehr gesetzt. Für die Finanzdienstleistungsbranche ist das natürlich ganz entscheidend im Kundenverkehr und ist deutlich komfortabler geworden als die bisher personengebundenen Signaturen mit Signaturkarte. Und wenn Sie an die Herausforderungen denken, modernen Kundenservices, Blockchain, es gibt ja schon die ersten Finanzdienstleister, wo überhaupt keine Menschen mehr im Prozess involviert sind und andere Herausforderungen, Digitalisierung, wir bekommen, wenn wir es richtig machen, durch EIDAS, den Medienbruch papiergebundener Prozesse mit manuellen Unterschriften weg. Das Beispiel der Fernsignatur hat denn auch die Möglichkeit von Trusted-Server-Siegeln in der öffentlichen Verwaltung, aber auch bei Ihnen in den Banken Trusted-Server-Zeitstempel einzusetzen. Ist zwar keine eigenhändige Willenserklärung, dokumentiert jedoch Identitäten und Transaktionen durch einen Dritten, der vertrauenswürdig ist. Darum geht es bei Trusted. Gucken wir zum Schluss noch auf Handlungsfänge. In der globalen digitalen Transformation kommt es auf die Identifizierung, die Authentifizierung von Geschäftspartnern und auf die rechtliche Sicherung von Transaktionen und Dokumenten entscheidend an. Das ganze Digitalisierungsgerödel funktioniert nicht, wenn wir nicht Identitäten, Authentifizierung, Integrität und all diese netten Eigenschaften elektronisch nachweisen können. Da war die qualifizierte elektronische Signatur ein Hindernis. Durch die Verwandtbreite und die Vereinheitlichung zumindest in Europa haben wir die Chance, hier auch übergreifende Anwendungen endlich mal zu machen. Allerdings müssen wir in Deutschland von Seiten des Gesetzgebers auch reagieren und alte, nicht mehr adäquate Regelungen aus Gesetzen und Verordnungen entfernen. Auch wenn man da theoretisch auch weiterhin die qualifizierte elektronische Signatur einsetzen könnte, diese Verordnungen und Gesetze müssen so geändert werden, dass die Bandbreite, die EIDAS erlaubt, auch in Deutschland voll ausgenutzt werden kann. Und deshalb sehe ich das als Chance für die öffentliche Verwaltung, die muss es nämlich machen, aber auch für die Privatschwirtschaft bisherige veraltete Konzepte abzulösen und neue, schöne Anwendungen zu machen. Also weg mit den alten Zöpfen, rein in die digitale Transformation. Vielen Dank. Ja, das heißt, alte Zöpfen abschneiden. Ich hoffe, Sie können mich jetzt auch wieder hören, wenn es dann darum geht, wie man diese digitale Transformation tatsächlich erfolgreich gestalten kann. Wir sind also quasi beim Friseur im elektronischen Verfahren, wenn man sich das so vorsieht. Und viele Dinge sind im Fluss. Ich hatte es im Chat gerade geschrieben, einige von Ihnen werden da zwar jetzt vielleicht Impulse mitgenommen haben, aber möchten die vielleicht nicht offen diskutieren. Das kennen wir noch vom letzten Webinar aus dem Vorjahr, weil man ja durch das eine oder andere in der Umsetzung sich auch einen Wettbewerbsvorteil erhofft. Damit man dieses wieder richtig adressieren kann, geht es aber darum, dass man überhaupt erstmal versteht, welche Themenfelder möchte man überhaupt zunächst einmal anpacken. Wir sprachen gerade von Fernsignaturen. Es gibt aber verschiedene Szenarien. Und man kann es runterbrechen auf eine einzige Frage, nämlich wer soll was, wann, wo, warum, wie unterschreiben. Wenn man diese Ws geklärt hat, und es kann sein, dass es mehrere Geschäftsprozesse sind, die Sie damit adressieren möchten, dann kommt man der Sache etwas näher. Und rund um das Unterschreiben, steuert EIDES zunächst einmal das Interesse auf das Unterschreiben abseits von Situationen, in denen man mit einem Berater beispielsweise zusammen ist. Und so ein Selbstbedienungsbereich, dass der Mitarbeiter also keine Rolle spielt, höchstens vielleicht über eine Videokonferenz. Wenn Sie Ihre Lösung nicht als Inselösung ansetzen wollen, dann haben Sie typischerweise aber den Bedarf, dass Sie beide Felder unterstützen müssen. Und Herr Kampfmeier sprach gerade so davon, dass man die manuelle Unterschrift auf Papier loswerden will. Da sind wir uns alle einig, dass Papier in den Prozessen keine große Rolle mehr spielen soll. Aber im Bereich der manuellen Unterschrift, wenn Sie die Hürde für die digitale Akzeptanz eines Verfahrens möglichst niedrig setzen wollen, dann spielt die im direkten Personenkontakt immer noch eine enorme Rolle. Dann kommt die nächste Frage bei der Untersuchung der eigenen Prozesse. Also wenn man wirklich mal ganz konkret hinterfragt und vielleicht nicht nur einen Vorgang hat, zum Beispiel den Abschluss eines Kreditvertrags, sondern das Thema für die Organisation generell anpacken möchte. Welche exakten Vorschriften brennen nämlich aus? Ist es eine Industrieregulierung? Gibt es eine explizite gesetzliche Vorschrift? Der Herr Kampfmeier hat die Interpretationen der gesetzlichen Vorschriften schon mal auf High Level gestartet. Und der emotionale Aspekt darf bitte nicht unterschätzt werden. Die vertrieblichen Gründe. Und das heißt, bei den Situationen, bei denen Mitarbeiter das Unterschreiben durchführen lassen, also bei einem sogenannten In-Person-Kontakt, da geht es auch darum, dass man den Mitarbeiter und nicht nur den Kunden für das Thema gewinnen muss. Operationale Risiken. Diese Checkliste hier ist eine auf High Level wiederum, die es in einer Reihe von Finanzorganisationen intern gibt, wenn es darum geht, den Prozess abzuschätzen und dann entsprechend den Übergang auf ein digitales Verfahren. Also auch das hier wieder nur als Appetithäppchen für tiefergreifende individuelle Diskussionen. Papierlos wollen wir alle gehen. Die Prioritäten sollten aber klar sein. Geht es wirklich nur um Compliance? Warum mache ich die ganze Übung? Geht es darum, dass ich Kunden überhaupt einfach neu gewinnen kann, wenn ich zum Beispiel einen Prozess über ein Tablet dem Kunden ermögliche? Habe ich beispielsweise einen Mittler zwischendrin, einen Makler, dem möchte ich es möglichst schmackhaft machen, dass der seine Kommission schnell bezahlt bekommt. Die Prioritäten in dem Prozess sind ganz entscheidend. Das kann zum Beispiel auch dazu führen, dass man sagt, Augen zu und durch, da gibt es zwar vielleicht irgendeine Rechtsvorschrift, aber ich kann das operationale Risiko einschätzen, wenn ich nicht unbedingt compliant bin. Ich wähle bewusst eine einfachere Lösung und in den wenigen Fällen, in denen etwas schiefläuft, geht es in Gottes Namen nicht vor Gericht. Also auch das beobachtet man in der Finanzbranche. Und das wird Ihnen bekannt sein. Erst kürzlich beim ZDF wurde da mal wieder der Finger in eine, ja ist es eigentlich eine Wunde oder macht hier ein Journalist wieder ein Thema aus etwas, was eigentlich kein großes Thema ist? Je nach Institut beurteilt man das unterschiedlich. Faktisch ist es so, dass man im Überweisungsbereich, im ganz klassischen Belegbereich auch operationale Risiken abweckt. Ab wann man eine Software einsetzt, ab wann man praktisch diese Lücke schließt, automatisch etwas stärker prüft. Jetzt kommt aber ein weiterer Faktor hinzu. Dieses elektronische Onboarding, das sollte ja mit dem Personalausweis eigentlich dann groß in die Runde gehen, Einsatz über EID. Und dann hat man aber bei den Prozessen erkannt, dass teilweise die eigenhändige Unterschrift aufgrund von Schriftformen erforderen müssen oder internen Regulierungen auf Papier noch gewünscht war. Naja, also faktisch machen das ja die meisten Institute so, dass sie den Kontoeröffnungsantrag einscannen und aber dann das Original vernichten. Aber die Unterschrift selber, zumindest bildhaft, die hätten sie noch ganz gerne. Also das sind Aspekte, die man ein bisschen berücksichtigen muss, dass man nachher nicht bei einer Insellösung endet oder vorschnell sich mit einem Anbieter verheiratet. Da steckt die Frage drin, ob der Prozess nur so lange eine Beweiskraft hat, solange ich mit diesem Anbieter aktiv bin oder ob ich eine Möglichkeit habe, meinen Beweis im Dokument zu behalten. Auch Aspekte, die ganz wichtig sind, zu berücksichtigen. Diese neue EU-Regulierung ist nicht ein Ersatz der früheren EU-Direktive, wie wir gerade noch mal uns vergegenwärtigt haben und auch nicht nur des Signaturgesetzes, die greift breiter. Die hat also Aspekte drin bis hin zu Seilstempeln, Zustellung und wenn man einen Faktor noch als Artikel geben kann, bitte betrachten Sie immer den Gesamtprozess. Der Beweiswert wird nachher für den Fall, dass man ihm mal vorlegen muss, anhand des Prozesses und nicht nur einer Unterschriftenverfahrens entsprechend nachvollziehbar. Der EIDAS-Einfluss, der kommt primär mal in den Bereich der Anwender-Authentifizierung in diesen Geschäftsfeldern, in denen der eben noch nicht bekannt ist, wo man also eine Prüfung der Identität erst mal vornehmen muss und dann auch einer Authentifizierung. Und das schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an. Der zweite Faktor beim Signieren. In Deutschen übersetzt man das ganz gerne dann entweder mit, ja gut, da gibt es also die handschriftliche Unterschrift und die wird ersetzt durch eine digitale Signatur und die meistbekannten Verfahren sind die mit Signaturkarte und Kartenleser. Jein. Es gibt viele andere Formen, eine Willenserklärung über eine Signatur zu dokumentieren. Da ist uns die deutsche Sprache teilweise ein wenig hinderlich. Was wir haben wollen, ist Beweiswert. Und welche Art der Unterschrift da passt oder der Signatur, das hängt vom Prozess ab, tauchen wir da mal tiefer ein. Bei Versicherungen haben wir gelernt, in den verschiedenen Anwendungsbeispielen, die rund um die Einführung des neuen Personalausweises gemacht wurden, dass das noch technisch möglich ist, noch lange nicht das ist, was nachher auch in der Umsetzung wirklich geliebt wird. Beratungsintensive Prozesse, wie zum Beispiel der Abschluss einer Lebensversicherung, sind Dinge, die dann doch in der Regel face-to-face stattfinden. Und bei solchen Verfahren spielt nach wie vor dann zum Beispiel die handschriftliche Unterschrift eine entsprechende Rolle. Also solch eine Prozesskette sich vor Augen zu führen und zu vergegenwärtigen der einzelnen Schritte, ist für jeden Vorgang eigentlich elementar, um zu verstehen, was da die Signatur für eine Rolle spielt. Und jetzt wollen wir sagen, das ist ein Bereich der sogenannten formfreien Vereinbarung, eine Lebensversicherung. Da braucht es auch ein Beweismittel, dass die abgeschlossen wurde. Typischerweise geht es vor allem um die Gesundheitsfragen, das hier nachher dokumentiert ist, dass diese Gesundheitsfragen wahrgenommen wurden und sachlich richtig beantwortet. Wer so etwas einführt, der möchte seine eigenen Mitarbeiter und seine Makler dazu motivieren, dass dann, wenn der Kunde reif ist für einen Vertragsausschluss, dieser Vertragsausschluss auch wirklich direkt gemacht werden kann. Aus dem internationalen Bereich kennen wir jetzt, dass man da auch immer seine eigenen Vertriebsmitarbeiter noch im Hinterkopf haben muss, ob die diese Art der digitalen Transformation auch richtig mitmachen. Das hat mit Alter nichts zu tun, sondern eher mit der Fragestellung, mit welchen Vorgängen, den ich entsprechend bei meinem Kunden, den ich nachher was verkaufen möchte, auch, ja, wo kann ich meine Show als Vertriebler entsprechend überzeugen, über die Bühne bringen. Und beim Unterschreiben auf iPads zum Beispiel, da kennen wir, dass manche von Ihnen dann ein ungutes Gefühl Ihnen hinterlassen, da fragt jemand nach dem unterschreibenden Finger. Das hat mit vertrauenswürdigem Unterschreibensvorgang relativ wenig zu tun. Biometrisches Signieren, das ist ein komischer Begriff, wenn man es genauer anschaut, steckt da mehr dahinter. Da wird auf der einen Seite eine Unterschrift aufgenommen, und dann in den vertrauenswürdigen Fällen auch mit einer digitalen Signatur versehen. Das Einbinden der digitalisierten eigenhändigen Unterschrift ist mittlerweile auch auf solchen Tablets mit Touchscreens möglich. Und es gibt Stifte, die einem es ermöglichen, das Ganze in vertrauenswürdiger Form umzusetzen. Und im deutschen Raum laufen auch einige Projekte dazu, dieses in den nächsten Monaten umzusetzen und in den Markt in größerer Form zu bringen. Ich glaube, auch Teilnehmer unter Ihnen an diesem Webinar wissen, wovon ich rede. So, und um das jetzt noch mal ein bisschen exakter zu zeigen, da gibt es ein Zusammenbacken praktisch von den biometrischen Nahrungsmalen und auch von denjenigen, wie man ein Dokument und dessen Integrität absichert. Das ist eine Art Kochrezept, für diejenigen, die technisch da nicht tiefer drin sind. Das ist auch wieder nur eine Spitze des Eisbergs, um da nachvollziehbar zu machen, dass auch Signaturen, die nicht zum Beispiel den Titel qualifiziert elektronisch signiert tragen, durchaus einen sehr hohen Beweiswert aufweisen können und nach Hochrezepten gebaut sind, mit denen qualifizierte Signaturen auch verfahren. So, jetzt machen wir mal den Wechsel aus dem bekannteren Bereich praktisch des Face-to-Face-Designings, das aber gerne bei Projekten vergessen wird und fragen uns, warum das Interesse in Richtung Fernsignaturen dort, wo der Unterschreiber nicht persönlich präsent ist, im Moment natürlich sehr stark ist. Einige von Ihnen, die heute teilnehmen, haben entweder schon Projekte zur Video-Identifikation umgesetzt oder sind gerade mitten dabei, das zu tun. Haben auch schon vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen mal bei Projekten gehabt, bei denen Sie versucht haben, eine Identifikation mit E-ID und Kartenleser anzudenken, anzutesten und haben dann festgestellt, da gibt es eine Hürde bei der digitalen Adaption, nämlich die Hardware-Hürde. Das andere ist noch, wenn man jetzt entsprechende Lösungen strickt, dann sollte man schauen, dass man nicht die Nutzer unnötig häufig sich registrieren lässt. Also wir haben dort, wo der Nutzer nicht persönlich praktisch mit einem Berater zusammen ist, immer die Notwendigkeit, dass wir auch nachvollziehen, die Identitätsprüfung durchzuziehen. Da gibt es jetzt korrespondierende Gesetze. Also das Schauen auf EIDAS alleine hilft. So wie früher schon, wenn man nur das Signaturgesetz und die Verordnung angeschaut hat. Hier gibt es zum Beispiel das Geldwäschegesetz und von Herrn Kampfmeier vorher schon angesprochen. Implizit ist jetzt beispielsweise durch das Geldwäschegesetz und dann die Interpretation der Bafin anno 2014, die Türe geöffnet worden für die Video-Identitätsprüfung. Jetzt kann man auch Sessions machen, in denen man dann neben der Identitätsprüfung auch den Vertragsabschluss online durchzieht. Bei bestimmten Vorgängen macht das Sinn und ist auch mutmaßlich vom Kunden akzeptiert. Bei komplexeren, beratungsintensiven Vorgängen ist die Wahrscheinlichkeit nicht immer so hoch, dass dieses Verfahren dann funktioniert. Und Sie kennen wahrscheinlich auch diesen Begriff Research Online Purchase Offline, also ROPO als Marketingbegriff. Da wollte man zu seinen eigenen Prozesse deutlich hinterfragen. Im deutschsprachigen Raum haben wir ja die Situation, dass zum Beispiel die Online-Banking-Willigkeit deutlich geringer ist als in anderen EU-Ländern. Wenn man jetzt Fernsignaturverfahren in solche Workflows einbinden möchte, muss man unterscheiden zwischen der eigentlichen Auslösung einer Signatur und dann der Orchestrierung des gesamten Signaturvorgangs. Also, dass man Dokumente dafür braucht, dass man ein Dokument erstellt, dass ein führendes Dokument ist, in dem zum Beispiel korrespondierende Inhalte sich befinden, wie der Nachweis, dass man eine Identitätsprüfung vorgenommen hat. Und da gibt es jetzt ein Zusammenspiel zwischen sogenannten Signaturworkflows und dem Angebot, dass eben vertrauenswürdige Dritte jetzt machen können. Das ist neu durch EIDAS, wo früher eine Signaturkarte zwingend von Nöten war, wo wir in Deutschland lange über Organisations- oder Unternehmenssignaturen diskutiert haben, sie aber eigentlich nicht wirklich umgesetzt haben, ist jetzt das Konstrukt des elektronischen Siegelsteils Teil dieser EU-Verordnung, die damit automatisch auch in Deutschland entsprechend gilt. Technisch gesehen wird so etwas über Hardware-Security-Module umgesetzt, die zum Beispiel bei einem Vertrauensdienst der Anbieter angesiedelt sein können und dann korrespondiert ein solcher Signaturworkflow quasi mit dieser Dienstleistung der Erstellung dann einer digitalen Signatur bis hin zu qualifizierten elektronischen und korrekt gesagt eigentlich an dieser Stelle dann Siegel und nicht unbedingt Signatur. Also für Sie nochmal so als Takeaway, als Mitmerker, der Begriff des Siegels, der wird Ihnen in nächster Zeit wahrscheinlich sehr viel häufiger begegnen. Diese Workflows, die Komplexität der Einbindung von Signaturlösungen war über viele Jahre hinweg auch eine der Hürden bei der Akzeptanz. Und wenn man sich jetzt anschaut, auf was man da schauen sollte, wenn man so etwas umsetzt, dann gibt es eben Dinge wie auf der einen Seite, dass ein solcher Workflow für den Nutzer nachher mit möglichst wenig Hürden versehen ist. Da gibt es konzeptionelle Unterschiede. Also Achtung, möglichst wenig Registrierungsaufforderungen schaffen. Nicht, dass man praktisch das ganze All-Werden-Lauf empfindet und sich zunächst einmal bei der Bank registriert, dann noch einmal vielleicht bei einem Signaturdiensteanbieter und, und, und. Das ist nicht für alle Zwecke von Nöten. Der Beweis sollte im Dokument selber sitzen. Entscheidender Unterschied zu vielen Lösungen, die manchmal nur den Beweis im Prozess irgendwo versteckt haben. Und Sie sollten sowas geschickter, weil Sie unter Ihrer eigenen Kontrolle haben. Im deutschsprachigen Raum sind Dienste, die in der Public Cloud stattfinden, durchaus gerecht zu hinterfragen. Also, in der Summe, um das Ganze entsprechend zusammenzuführen, damit wir verstehen, von wo aus Sie Ihre Projekte starten, Synergiemöglichkeiten innerhalb des eigenen Unternehmens auch vielleicht aufzeigen können, hilft es, wenn man genau diese Fragen versucht, für sich zu beantworten. So, und damit darf ich wieder übergeben an den Herrn Hahn. Wir kommen in die Runde der Fragen und Antworten und damit auf das nächste Slide Herr Hahn bitte. Ja, vielen lieben Dank. Sie haben es ja schon gesagt. Also, jetzt können wir die Fragen, die Sie nicht im Chat stellen wollen oder können, weil es vielleicht so aufwendig ist, gerne live stellen. Nochmal der Hinweis, die Stern-Taste an Ihrem Telefon und dann die 1 drücken. Kleinen Augenblick warten. Mein Kollege schaltet Sie frei und das hören Sie in Ihrer Ohrmoschel. Das kommt dann die Information. Die Leitung ist jetzt frei und dann können Sie die Frage stellen. Ja, vielleicht aus der Hand, wir können auch vielleicht die Fragen, die im Chat schon aufgelaufen sind, kurz anreißen. Da gibt es ja auch schon einiges an Kommunikation, wer mit wem telefoniert. Ich habe auch da die ein oder andere schon mit einer privaten Nachricht vertagt, weil wir nicht zu viel Zeit haben. Aber da war einmal die Frage von Christoph Eick für Darlehensverträge, nur die qualifizierte elektronische Signatur in Frage kommt. Wenn wir an Verbraucherschutz und all die ganzen anderen bankfachlichen Vorgaben reingucken, muss man heute sagen, eigentlich ja, nur gerade diejenigen, die vielleicht einen Darlehensvertrag unterschreiben wollen, haben in der Regel garantiert sowas nicht. Ich glaube aber, dass sich hier durch die abgesicherten Verfahren, die Jörg Lenz eben vorgestellt hat, neue Möglichkeiten ergibt. Man muss immer zwei Aspekte noch im Hinterkopf haben. Wann brauche ich diesen Vertrag zu welchem Zweck zur Vorlage? Ich habe natürlich die internen bankfachlichen Compliance-Vorgaben, aber ansonsten ist immer ja dieses Angstschaffen, ich muss mit diesem Vertrag vor Gericht und dann stellt sich die Frage des Beweiswertes und da sind wir sicherlich auch in der Umfeld der Risikoabwertung und wir haben gesehen in der IAIDAS, da wird ganz klar gesagt, grundsätzlich, versuch vorausschauend, darf man auch einer Signatur, die nur fortgeschritten ist und dem keine qualifizierte Sicht vor Gericht den Beweiswert abstreiten. Also da sind wir noch ein bisschen in der Grauzone, ich hoffe, das wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren ein bisschen klären. Wäre das die Antwort gewesen, Herr Eick, dann schreiben Sie ganz einfach kurz eine Nachricht. Dann hatte ich gesehen, Dennis, Adobe, digitale Signaturenfunktion, auch da muss man erstmal wieder ins Technische rein, ist das eine interne, da habe ich dann eine PKS 7 hinten dran gehängt, ist das vielleicht so ein Verfahren, wie der Jörg Lenz in der Grafik entsprechend dargestellt hat, wo eben richtig mehrschichtig eingepackt, mit Zertifikaten abgesichert, was in das Dokument eingebettet worden ist. Deshalb kann man das nicht so ohne weiteres sagen, denn letztlich kommt es darauf an, was für eine Art Dokument ist das, was für eine Art von Transaktionen ist das, was für eine Art Vertrag. Und Sie hatten mir noch die Frage gestellt, PDF-A in diesem Zusammenhang, PDF-A ist ein Archivformat, da wird alles Dynamische, was irgendwie verarbeitungsfähig ist, wie Links oder eine Seite im Internet aufrufen, irgendein Algorithmus starten, wird in PDF-A platt gemacht. Das heißt also, wenn man irgendwie eine Prüfung auf eine Signatur oder ein Zertifikat in einem PDF-A machen wollte, wird das nicht funktionieren. Wenn das soweit okay ist als Antwort, Herr Dennis, würde ich Sie bitten auch sagen, ja, danke, danke, danke. Dann hatten wir Herr Baseiten Finanzierungsverträge mit iPad und Stift, wenn wir zusätzlich in die Prozesse so etwas einbauen wie Fernsignaturen und das Ganze hinterher nachvollziehbar schön tapseln, den Prozess der Verarbeitung intern und extern mit dem Kunden sauber dokumentiert und abgesichert haben, müsste das jetzt eigentlich ab 1.7. klappen, oder? Wenn andere Teilnehmer eine andere Meinung haben, bitte ich um einen Kommentar. Ansonsten, wenn Sie zufrieden sind, Herr Baseiten, schreiben Sie einfach auch, ist okay. Ja, ich glaube, das waren, damit ist auch, glaube ich, die Frage von dem Herrn Glasbrenner beantwortet. Wann wird das aus Ihrer Sicht der Fall sein? Alte, nicht adäquate Regelungen entfernt? Zum Juli in drei Wochen? Äh, Torsten, Torsten, nein, also die alten adäquaten Regelungen sind nicht in drei Wochen entfernt, da ist der deutsche Gesetzgebungsprozess sicherlich vor. Ähm, die EIDAS tritt äh, offiziell in Kraft, äh, in der öffentlichen Verwaltung beispielsweise gibt es äh, Initiativen, das irgendwo bis äh, Ende 2018 dann äh, überall mal eingeführt zu haben. Ich schätze, die Wirtschaft wird da viel schneller sein, die neuen Möglichkeiten von EIDAS zu nutzen, aber zu glauben, dass man jetzt im Bereich Produkthaftungsgesetze, Verbraucherschutzgesetze, ähm, den ganzen Regelungen von BaFin und Umkehr, den ganzen Versicherungsregelungen, ähm, im Bereich der Krankenversicherung, Sozialversicherung, SRVV ändern, ähm, das Sozialgesetzbuch ändern, ähm, und da eben überall nicht mehr reinschreiben, genau die deutsche qualifizierte elektronische Signatur, sondern eine adäquate Signatur nach EIDAS, das wird ewig dauern und bis dahin laufen eben, Thorsten, die Problemfälle auf, nach dem Motto, dass irgendeiner aus dem Ausland mit einer niederländischen Signatur, die sich an die deutsche Rentenanstalt, äh, wendet und irgendwas beantragt, wo er eine Unterschrift für braut und dann muss die deutsche Rentenanstalt das anerkennen und kann das wahrscheinlich technisch noch nicht mehr prüfen. Ähm, okay. Ja, ich lese jetzt gerade sozusagen aus der Redaktion in Köln, dass es keine Frage live gibt, ähm, aber ich gucke jetzt noch mal einmal in die große Runde, ähm, wenn jetzt noch eine Frage, da ist jetzt noch eine im Chat, sehe ich gerade, das ist der Neubart, wie sieht es mit der Archivierung der Signatur aus, hier, ähm, bei den qualifizierten elektronischen Signaturen wird ja behauptet, die Beweiskraft wird nur erhalten, wenn man technisch nachsigniert, also nach, ähm, Tresorrichtlinie und so weiter, das ist Overhead, ähm, denn man muss meines Erachtens im Streitfall, äh, dreierlei Dinge sehen. Erstens, die meisten Dokumente gibt es zweimal. Sie legen was vor, die Gegenseite legt was vor. Erst wenn da dann Unterschiede sind, geht der Streit richtig los, es kommt vielleicht ein Gutachter, oder wann ist das Zweite? Das Zweite ist, wenn Sie das, so ein Ding archiviert haben, würde ich empfehlen, zusätzlich das Eingangsprotokoll, sozusagen das Posteingangsjournal, mit allen Daten zu diesem Dokumenteintrag, mit, ähm, Größe, Hashsumme, und so weiter, alles was sich aus diesem Ding ergibt, und dass das, äh, geprüft wurde, und dass dann Zertifikat dann ist, schreiben Sie das in ein Protokoll, und hauen Sie denn einmal täglich einen Zeitstempel drüber, dann können Sie vor Gericht den Nachweis führen, dass das Dokument selber, auch wenn es nicht nachigniert wurde, nicht verändert wurde, und dann, äh, ist die Gegenseite gehalten, Ihnen nämlich eine Veränderung und Fälschung nachzuweisen. Ähm, so was, solche Fälle kommen nur, nur ganz, ganz selten, und, äh, deshalb greift hier häufig das Risikomanagement, also beispielsweise eine Versicherung, äh, wirft so einen, äh, so einen kleinen Antrag, äh, für irgendeine Versicherung, ähm, nach der dritten Zahlung weg, weil, wenn der Kunde das dreimal gezahlt hat, ist, äh, der Abschluss dieses Vertrages nicht mehr abstreitbar. Also das muss im Einzelfall für die jeweiligen Dokumente und Geschäftsprozesse abgewogen werden. Okay, vielen Dank, äh, dass es dem Herrn Neubert so reicht, dann schreibt er auch, okay. Genau, hat er ja schon. Gut. Perfekt. Ähm, ich kriege die Information immer noch keine Frage live, äh, aber im Chat direkt sich einigert, das heißt, dann kann ich da vielleicht mal da aus der Ecke kommen, bei der ich vorher, ähm, adressiert habe diese Thematik, dass man beim iPad zusätzliche Stifte verwendet, um dann beispielsweise auch die Druckstufen zu erfassen. Hier geht es wieder um den Beweiswert. Es geht also darum, dass man einen möglichst aussagekräftigen Datensatz der eigenhändigen Unterschrift erreicht. Ja, und es gibt auch eine Reihe von Anwendern im europäischen Raum, die das dann einsetzen, damit sie diese Unterschriften auch automatisch prüfen, bevor sie überhaupt ein Dokument in ein Archiv weitergeben oder es weiterverarbeitet wird. Also zum Beispiel wird da die Unterschrift des Mitarbeiters überprüft. Der eine oder andere von Ihnen kennt das italienische Konstrukt der Firma Grafometrica und auch hier gibt es Bestrebungen, solche Dinge auf europäischer Ebene über Etsy zu standardisieren. Das ist aber im Moment noch nicht relevant. Was man als Deutscher wirklich im Kopf haben sollte, ist, wie ist die Beweiskraft meines elektronisch unterschriebenen Dokumentes und auf dem iPad ist das mit entsprechenden Stiften hier mit am höchsten. Also Ulrich, du hast da vielleicht noch entsprechende Zusatzinformationen, Interpretationen aus deiner Sicht? Also gerade die Stiftvariante gibt ja die Möglichkeit, zusätzliche biometrische Merkmale zu gewinnen und wenn wir ganz ehrlich sind, im Nachhinein ein solches digitales Konstrukt, das unveränderbar revisionssicher archiviert ist und wo ich noch ein Protokoll habe, das nachweist, dass es unverändert ist, hat meines Erachtens technisch gesehen deutlich mehr Merkmale der Sicherheit als eine gefälschte manuelle Unterschrift. Also da wird von der elektronischen Welt beispielsweise viel mehr Sicherheit verlangt, als wir jemals im manuellen Bereich mit unserem papiergebundenen Aktenordnern und Unterschriften hatten. Und das ist glaube ich auch einer der Hauptaspekte, wer bislang so ein schlechtes Bauchgefühl hat, diese digitale Transformation anzupacken, weil er denkt, jetzt bin ich da auf ganz dünnem Eis, weil ich das Papier wegfallen lasse und möchte aber vielleicht doch mit der Unterschrift agieren. Dem ist eben nicht so und wir wissen, dass seit vielen Jahren, wo Banken das Einsetzen im Bereich des klassischen Schreitergeschäfte ist, das Passivgeschäfte, das kennen Sie dann selber, falls Sie das schon umgesetzt haben. Wie viele Fälle hatten Sie da, in denen die Unterschriften, also der Unterschriftendatensatz ein Problem war? Ja, genau. Und das entsprechende Echo, wir wissen es von Spanien, 600 Millionen Dokumente unterschrieben im Zeitrahmen zwischen 2008 und 2014. Und die Fälle, in denen man überhaupt das Thema der Unterschrift adressiert hat, waren gerade mal 37. In zwei Fällen müsste dann mal ein Gutachter tätig werden. Soviel zum Thema operationales Risiko und adäquate Einschätzung. Ja, wir sind ja jetzt auch auf Geschäfts- und Vorstandsebene verpflichtet, Risikomanagement zu betreiben und dazu gehört auch diese Abwägung. Und vielleicht noch ein anderer Hinweis. Wenn Sie in das Handels- und Steuerrecht mal gucken, das betrifft ja auch Zahlungen und Transaktionen, und sich die neuen GOBD angucken, die sagen explizit für alles, was Handelsrecht und Steuerrecht angeht, brauche ich noch nicht mal Signaturen. Und wenn ich was elektronisch gemacht habe, dann ist das das Original und bitte nehmt das Papier aus den Prozessen. Das heißt, in allen Bereichen greift die digitale Transformation, auch die öffentliche Verwaltung, auch der Gesetzgeber wird nachziehen, nur die sind halt nicht so schnell. Und deshalb macht man dann, wenn man an solche neuen Anwendungen geht, interne Risikobewertung, guckt sich das genau an, wegt die Risiken ab und wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist und sie am Markt absichert, und wir wissen, in der Finanzdienstleistungsbranche ist unheimlich viel Druck drauf, dann machen Sie das. So, da ist noch die Abkürzung. GOBD, das sind die neuen Grundsätze zur ordnungsmäßigen Buchführung und Dokumentation und so weiter, das ist so ein langer Satz. Genau genommen heißt GOBD gemeine ordnungsmäßige Buchführungsdokumentation, Betonung liegt auf gemein, also stehen auch viele Sachen drin, aber das ist die neue seit 01.01.2015 geltende Richtlinie, wie Steuerprüfungen gemacht werden und wie steuerrelevant und handelsrechtlich relevant Dokumente und Daten aufzubewahren sind. Okay, wir sind jetzt schon sozusagen an der Grenze angekommen, aber da ist noch eine Frage, die sollten wir vielleicht noch schnell beantworten. Oliver Weichert fragt, ich wiederhole nochmal die Frage, welche Bedeutung hat der zeitliche Aspekt, wenn Kundenidentifikation Authentifizierung später gemacht wird als die Unterschrift des Vertrags. Sollte ich jetzt noch was sagen, Jörg? Ja, mach du mal. Vielleicht ganz kurz dazu. Die personengebundene, kartengebundene Signatur hat keine abgesicherte Zeitangabe, die nimmt die sowieso den Server. Da haben wir bei den Zeitangaben mit unseren schönen Signaturkarten sowieso ein Problem, wohingegen Zeitstempel und andere Serverbasierte Geschichten auch eine verifizierbare Zeit haben. Da haben wir ursprünglich schon eine Unsicherheit gehabt. Wenn ich entsprechend später so etwas mache, dann muss das relativ zeitnah, und diese Begriffe sind leider nicht eindeutig definiert, was zeitnah ist, erfolgen. Also nicht erst Wochen später, sondern der Abstand zwischen beispielsweise einer Signatur auf einem Pad und der Fernsignatur sollte nicht zu lange weg sein. Okay. Jetzt kommt ja noch eine schnelle Frage. Jetzt ist das Problem, dass jetzt viele sich die Zeit genommen haben, am Schreibtisch sitzen und wirklich staccatomäßig die Frage, von der man niemand vielleicht noch beantworten, dann kann ich meinen Abstand machen und dann die Leute wieder sozusagen in ihr tägliches Geschäft entlassen. Die technische Frage wird erledigt, gibt es nachher online. Okay. Wahnsinn. Also irrsinnige Tiefe, irrsinnige Breite. Wir haben zum zweiten Mal gesehen, dass dieses Thema anhand der Anmeldezahlen extrem rührt und dass da extrem viel Bedarf ist, sich damit zu beschäftigen und ich glaube, das tut der Bankbranche auch gut. Sie, Herr Lenz, hatten es gesagt, da geht es ja nicht nur um Kündigungen zu beschleunigen, sondern auch vor allen Dingen schneller Neukunden zu gewinnen. Riesenthema. Wir werden dranbleiben. Wir werden weitere Informationen zur Verfügung stellen. Ich glaube, wir werden das Thema auch nochmal das ein oder andere Mal inhaltlich auf einem unserer Kanäle oder Veranstaltungen bespielen. An die beiden Referenten, an dich, Ulrich, an Sie, Herr Lenz, vielen lieben.